ach scheiße da muss ich noch mal reinschneiden den schluss wir haben gewonnen ist so traurig der letzten turnier ja leute das war das blitzball turnier ich werde später noch mal ein paar einzelne spiele machen nebenbei bis dann vergesst den abo knopf nicht oder like button schreibt mir wenn ihr bock habt wir sehen uns und hören uns da ist er wieder da kommt er wieder er speichert erstmal weil jetzt geht mir das normale gaming los vor völlig ko vom game völlig geschafft völlig im arsch ich glaube der echt passt scheiß fischköpfe auch weg die kacke äh da fragt man sich doch echt alter wo kommen die piecher mit ihm mal her die können aber auch ein nicht das hat er hier wird woanders Was ist ihr nascht? Geht doch aber ist hier eine versammlung oder was geht zu eurer eigenen paartherapie spinnt wohl oder wie da fragt man sich doch echt haben wir da über eine wenn ja immer mehr da noch jemand ja anscheinend schon immer diese gruppe ist am abend das ist echt nervig lalalalalalala da kickstabach Okay. 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 Oh ja, oh ja.. Hey, ich hasse es. Oh ja, oh ja.. Oh ja, oh ja, oh ja... Ey, ich hasse es Und tschüss Ein harter und langer Kampf war das Weißer Mann ey, ich dachte schon, ich schaff das nicht mehr Oh Oh Liddy Das hätte ich ja auch Jetzt werden wir mal eine Runde hastig Oh Nein was mache ich denn hier naja wir werden heute mal eine runde hastig so würde ich sagen es ist ein normaler k jetzt ja da du blöde bist wie vorweg den scheiß sagen wie kann ihnen so was passieren alter hat man sich richtig einstellen Untertitelung des ZDF, 2020 Ach man, ich hasse es. Ich bin echt nervt voll. Ist aber komisch. Verdammt merkwürdig. Bisschen her speichern. Na logi, baby. Die Blitz-Saison hat gerade angefangen. Don't make those faces, ja? Die Blitz-Saison hat gerade gesagt. Ich kann dich nicht hören! Captain! Von jetzt an, ich bin dein volles Wettbewerb. Dann willkommen zurück, Sir Waka. Schön, dass du mit uns bist. Hey. Schön, dass du zurück bist, ja? Also, was es passiert? Nicht wirklich. Wir wissen nicht, wo die Fienden kam. Maester Micah ist sicher und sicher. Dank an Maester Seymour. Das ist es. Maester Seymour? Es war so stark. Mr. und Mrs. Anima. Tja, Alter, weißt du, was du angestellt hast für ein fucking Shit? Der lacht sich noch. Der lacht sich noch. Jekt, Broska und ich. Together, wir verletzten Sin 10 Jahre vor. Dann ging ich zu Zanarkin. Wo ich über dich schaue. für dich. So, dass du einen Tag, ich kann dich an Spira bringen. Warum muss das sein sein? Jekt, mich zu. Ich will. Sie will. Ist unser Leben? Es ist alles? Ich bin kein Mensch mehr. Aber dann habe ich ein bisschen objektiv, da in diesem Schiff, nicht wahr? Du musst ihn haben, als du in Kontakt mit Zinn gekommen bist. Es kann nicht sein. Es ist. Schöne ist. Oh. Ja. Es ist kein Weg! Ich glaube nicht! Aber es ist die Wahrheit. Du wirst sehen für dich selbst. Komm mit mir. Wenn ich sage nein? Kafe Geschichte muss eine Endung haben. Ich bin nicht interessiert über Ihre Geschichte. Ja, das ist ein bisschen... Ich verstehe. Ich bin sorry, dass du das Gefühl fühlst. Okay. Komm oder komm, es ist deine Entscheidung. Was soll ich sagen? Du sagst mir, es ist meine Entscheidung! Aber ich habe keine Wahl, oder? Was soll ich? Du bist der einzige, der mir sagen kann, was passiert ist. Ich muss mit dir gehen, ich muss! Ja, manchmal ist das halt so im Leben. Irritatend. Ich weiß. Oder hast du Angst? Nein. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Was soll ich zu Hause gehen? Und zurück zu Xanarkin gehen? Das geht um Jekt. Ich werde jetzt meine Services geben. Komm! Ja, was macht der nach dem Turnier? Alles klar! Tja, wie du siehst... Ach, dann hat der Freund schon leer. Ja. Ja. Viel mehr war ich ja auch nicht. Aber warte mal, das Bürobrett. Da war ja noch was, ne? Ah, wie ihr seht, Leute, ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Das... Du hast es ja schon gepackert. Tja, wie du schon ganz gut verrontert? Willst du nicht erst eins oder nie? Geden returning, du kannst du einfach mal nehmen und sollst du noch mal! Schicksal, wenn du schon mal nehmst du dann musst. Ich weiß unter einem Schein, was du geht? Passt nicht, du hast es nicht. Wie du willst, dass du noch nicht mehr nehmen und sollst du noch mal. Du bist du noch nicht. Du bist das Pfeil du noch nicht besser. Oh, jetzt aber wieder auf einmal für den Stand. Haben auch alle Spiroin. Ordnen. Ach ne, nicht Manuel. Automatisch. Ich wollte doch speichern, ich glaube es. Hoffentlich kommt da noch ein Speicherpunkt unterwegs. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Video hier noch geht. Aber ich weiß, wo ich speichern werde oder eigentlich mein Cut generell setzen wollte. Ich weiß nur noch, ob das von der Zeit her passt. Du denkst, er wird hier bleiben? Ah, mehr oder weniger. Ihr wisst, ihr habt nur nichts von eurem Glück. Er ist still in der Stadt, nicht wahr? Ich denke, ich werde ihn sehen. Oh! Woah! Sororin! Scherz Neuss und dann muss ich auf dem Fall mit der Mannschaft her anfangen. Er ist da zum Kotzen. Yuna Sir Ich wünsche dir ich dein Gegenwart. Hast du das? Hast du das? Hast du das? Nein, nein! Wir acceptieren, richtig? Natürlich! Keine Probleme! Aber warum? Ich habe Braska Ich habe Braska Ich habe Braska Ja? Danke, Herr Oren. Sie sind willkommen zu uns. Und er kommt auch. Hallo, Leute. Wie geht's? Das ist mein Herr Jecht. Ist Herr Jecht alive? Ich kann nicht sagen. Ich habe ihn in 10 Jahren gesehen. Ich sehe. Du wirst uns endlich treffen. Ja, ich freue mich. Oh. Ja. Okay. Hey. What's our itinerary? Where are we headed? Hey, come with me. Hey, come with me. Hey. Hey.